Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, Xbox 360 Version. So, wir werden jetzt mal weiter bauen. Und ja, wir machen gleich mal hier in die Hütte weiter. Was brauche ich noch Holz? Dann gehen wir als erstes wieder Holz sammeln. Dann brauchen wir Holz hier. So. Wenn wir jetzt aufgehen, geht es schlecht. Dann bauen wir hier was Holz hier. So. Die brauchen wir vielleicht auch noch weg. So. Blob. Noch ein bisschen Fleisch holen hier. Lecker, lecker. Oh. Die Baum haben wir auch noch gleich dazu weg hier. Die brauchen wir auch nicht mehr. Wum, wum, wum. So. Das müsste reichen. Guck mal. Oh, guck mal hier. Das ist auch noch das Holz drinnen. Habe ich nicht an die gedacht. Eieiei. Ich habe hier ganz geachtet. Nur da. Okay. Machen wir hier weiter. Hopp, 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 hopp. Das ist einfach dick. Hopp, 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 hopp. Alles gut. Da kommen wir mal Halsboden draus hier. Das sieht schöner aus, die Bude. So. Hopp, 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 hopp. So. Da haben wir diese Wieselektarten hier. Da haben wir diese Wieselektarten hier. Da braucht keiner. Ups. So. Da ist ein Halsboden draus hier. Hopp, hopp, hopp. So. Gut. Hat man noch Holz? Nein. So. Oh, so Pulsstufen. 4, 8, 12. Müssten reichen. So. Bauen wir das Bänke hin. Das Bett bauen wir uns auch mit hier unten hin. So. Kommt in die Ecke. So. Hopp. Ähm. Was können wir noch bauen? Im Bett. Ähm. Einen Tisch könnten wir noch bauen. Siehste. Oh. Diggis, hä? Ja. So ist Diggis. 5, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 8. Ich muss es reichen. Und Holzblatt hin. Und Holzblatt hin. Genau. Mal gucken, ob das so klappt wie ich es will. Hab ich noch nie ausprobiert, das zu bauen. äh, was mach ich denn? das Ding ist wirklich doch aber was sehen guck mal ob es klappt so, hopp hopp äh, ne so nicht für eine einzelne Blatt äh, mann wie so wie ich es will hopp äh, jaaa genau so wollte es doch so, jetzt haben wir einen Tisch genau so wollte es sieht doch, jetzt her, jetzt her jetzt haben wir einen Tisch äh, da eine Bank da eine Bank jawoll hopp genau, eine Eckbank perfekt so wollte es doch, ja so ist es perfekt äh einmal zweimal hä hopp hopp so 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 halt So, genau. Ach, jetzt wird's passen. Tisch, Bank, so. So muss es sein hier. Gut. Genau, so passt's. So wie. Hopp. Genau. Und Hepp. Ja, passt so. Schlafraum, genau. Ich habe trotzdem noch einen Treppenstufen. Weiß reich, jetzt holt's nicht mehr. Bin ich gut. Ah, ja je. Da brauchst du nicht mehr, da brauch ich auch nicht für den ersten Tag. Hat auch hier raus. Ja. So. Ich brauche schon noches. Holz. Holz, Holz, Holz. So. Da gespawnt nichts mehr, dummischerweise. Wahrweise ist gespawnt hier und verküsseln wir mal wieder was nach der Zeit. Wasch aber einfach die Tür zu. So. Ich schlafen. Es ist noch nie vor einem Tag. Und ich bin jetzt mit dem Tag. Und wir genau hier haben. Ich bin jetzt vor dem Tag. Und ich bin jetzt vor dem Tag personen. Ja, ich bin jetzt vor dem Tag. So. Es ist alles intelligence. Und ich habe nicht mehr als heute meinen Tag. Ich bin jetzt mehr ins. Ich bin das, das vom Tag zusammen. Das ist das, das ist doch schön. Das reicht. So, so eine Salzstufen. So, mal eine. Hopp. Hopp. Mal da hin. Hab ich gelesen, jetzt zulässt du nicht hier. Ha ha ha. Hab ich mir gedacht, dass das passiert. Dann sollten wir die Hände in die Ecke wieder rausnehmen. So. Die ist eigentlich nicht so wie ich wollte, aber ist egal. Hau wir in die Ecke. Hau wir jetzt noch in das Block rein. So, hier eine Treppe. Hopp. Gut. Ich hab das schon ausgebaut. So, das brauchen wir als nächstes. Mal gucken. Ich hab auch gemerkt, ich hab jetzt die Druckplatten gemacht. Für die Tische. Ich hab die falschen genommen, aber ist ja egal. Aber da ist jetzt noch eine. Ja. Die baue ich schon eine Tür. Ich müsste jetzt hier her. Perfekt. So muss es klappen. So. Da brauche ich gerade nicht. Der kann nach oben. Das kann dann raus. Die Truhe füllt sich langsam. So. Dann ist. Ups. Da war eine Tastatur. So. Dann ende ich für jetzt mal den Part. Denn die 7 Minuten sind die Film. Und wir sehen uns in Part 4 von Minecraft Xbox 360. Für so und wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.